Herzlich Willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 302. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei, Hellfreeze is over, Frau Alex, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ich gehöre wieder zur Stammbesetzung. Uh, großartig. Zurückgekämpft wie Alex Meyer. Ich kann leider doch nicht. Großartig. Ja, zweite Stimme des Abends, ihr habt es schon gehört, El Marvino. Und Nummer 3 im Bunde, Dr. Wasti. Gude. Und Dennis ist auch da. Ja, servus, hallo. Das ist doch eine liebe Ansage. Er macht gerade noch auf. Ja. El Dennis, diesmal nicht im Trakereck in Stößen, sondern live hier in diesem Podcast. Heute mal nicht. Ich kann ja nicht immer nur meine Zeit da verspringen. Trakereck in Stößen. Gibt ja immer, der immer, hallo erst mal. Ingo Appelt, oder? Nee. Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann, genau. Rüdiger Appelt und Ingo Hoffmann. Sowas in der Art. Sowas in der Art. Ja, mindestens genauso verwirrend wie das, was wir hier gerade von uns geben, ist wahrscheinlich auch, dass wenn man das Spiel gegen Hoffenheim nicht gesehen hat und versucht jetzt irgendwie im Nachhinein sich das so ein bisschen anzulesen und Zusammenfassungen zu schauen. Die einen sagen, das Spiel war irgendwie gar nicht so schlecht. Die anderen sagen, naja, da war halt schon irgendwie so Fehlpass-Festival. Ich habe den halben Tag auf der Autobahn verbracht und habe nichts sehen können. Und ihr dürft mir jetzt mal erklären, welche von den beiden Seiten recht hat. War es jetzt gut oder war es eher so, naja? Also es war okay, aber ich finde, es wird halt einfach zu krass gefeiert. Aber es waren viele Sachen, die ich übertrieben gut dargestellt funde. Das Spiel hatte echt Situationen, die okay waren. Die Situation zum Beispiel, die zum 1-0 geführt hat, das war halt echt mal ein schönes Zusammenspiel. Richtig gut, ja. Aber da habe ich beim Pass von Fabian auch zwei oder drei Sekunden vorher schon gedacht, so, alter, spielen doch jetzt, mach doch. Und das war auch gerade bei Fabian, der mir auch viel zu gut weggekommen ist, ganz oft der Fall, wo ich mir gedacht habe, jo, warum bleibst du denn jetzt stehen und drehst dich um und guckst, was du machen sollst. Weil ihm aber die Spielpraxis fehlt, oder? Ich weiß nicht, wo dran lag, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass er das Spiel nicht beschleunigt, sondern eher verlangsamt hat. Und deswegen hat mich das gewundert, dass der überall einfach so über den Klee hinweg gelobt wurde. Na gut, das liegt, wie du schon sagst, also die Aktion zum 1-0, gerade auch dieser Pass auf den Wolf, das war ja schon, also es war, muss ich sagen, ein sehr, sehr geil rausgespieltes Tor. Aber auch der Pass natürlich dann am Ende auf Jovic von Wolf, aber Abschluss Jovic, auch nicht schlecht, du hast schon recht, das ist im Endeffekt, natürlich blendet das auch über ein paar Fehlaktionen hinweg. Fabian ist, denke ich, aber auch so gut weggekommen. Aktion, dann glaube ich, Ende, das, na, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Haller war es, glaube ich, mit dem Kopfball, der an die Latte gegangen ist. Er ist ja auch von Fabian ausgegangen, der, der, der Ball. Also, du merkst, das waren schon wieder so ein paar ganz wichtige Bälle, aber ich bin auch voll bei dir, Alex, dass ich sagen muss, man hat ihm einfach angemerkt, dass ihm die Spielpraxis noch fehlt. Er braucht einfach noch ein paar Spiele, aber dafür war es top. Er hat wirklich, meiner Meinung nach, schon ein gutes Spiel gemacht. Basti, wie hast du es denn empfunden? Ich finde es gerade ganz schwierig alles. Ich bin irgendwie zwischen Müdigkeit, Euphorie, Frust, Freude, ich weiß gar nicht, wie ich diese, mich überfordert die Situation irgendwie ein bisschen. Deswegen würde auch wahrscheinlich meine Bewertung ein bisschen leiden. Ich fand das Spiel gegen Hoffenheim in Ordnung. Ich kann verstehen, dass ihr die Lobeshymnen nicht verstehen könnt, weil ich so ganz krass kann ich die auch nicht verstehen. Fand aber, dass wir mit Hoffenheim einen Gegner hatten, der zumindest defensiv sehr, sehr, auch, die waren ziemlich konzentriert. Also, ich konnte, man konnte im Spiel schon sehen, dass es nicht so einfach für die Eintracht war. Und dafür hat sie es echt gut gemacht. Nur hat mir da wieder trotzdem dieser Funken, wir wollen dieses Ding gewinnen ab der 70. Minute. Ich habe ab der 70. Minute das Gefühl gehabt, die Eintracht ist platt, richtig platt. Und dann, ja, Aler kam dann rein und wenn dieser Kopfball reinfällt. Also, ich bin, wie in den vergangenen Wochen, gar nicht sauer auf irgendwelche Spiele, außer, da komme ich gleich noch zu, aber ich hadere so ein bisschen mit dem Spielglück, ehrlich gesagt. Also, die Spiele gegen Bremen und Hoffenheim, dass da nur ein Punkt rausgesprungen ist, ist tatsächlich sehr unglücklich. Und da trägt eben jener, und ich muss es jetzt ansprechen, ich will auch gar keinen Spieler-Bashing betreiben, nur mich nervt das krass. Mich nervt Radetzky wirklich sehr, weil wenn ich das zusammenrechne, der Fehler in Dortmund kostet einen Punkt, der Fehler in Bremen kostet einen Punkt, und der jetzt gegen Hoffenheim, das war meiner Meinung nach trotzdem ein Torwartfehler auch. Ja, ja, war es auf jeden Fall. Also, das ist jetzt kein sicheres Tor, der muss nicht rein, dann gewinnst du, dann hast du vier Punkte mehr, und dann werden wir richtig fett im Geschäft. Natürlich macht er das nicht extra, ich hasse ihn auch nicht, aber ich bin zumindest, empfinde ich ihn und die ganze Situation um ihn momentan als echtes Ärgernis. Aber ich finde das schon sehr lange. Ja, aber das jetzt die Punkte kostet, das ist übel. Mich nervt die Situation mit dem eigentlich schon, eigentlich hat es mich letztes Jahr schon genervt. Also dieses ständige Hinziehen, diese unklare Situation und sich zu nix irgendwie mal auskotzen, das ist ja das eine, aber dann dieses Anspruchsdenken, dass er auf jeden Fall nur bei dieser Kack-Eintracht spielen kann, wenn die Champions League spielen und die Eintracht ihm was bieten muss, keine Ahnung. Das ist genau das, das ist das, was mich irritiert. Du hast am Anfang immer das Gefühl gehabt, dass er denkt, wir müssten froh sein, wenn wir ihn halten können, und das ist fast nicht möglich, weil er zu gut ist. Dann wurde er irgendwie noch durchgesickert, dass er irgendwie eine Klausel für besondere Paraden haben will. Und wenn du dann ein bisschen, wenn die Paraden dann erziehst, was kriege ich in Bremen, zahlst du dein Eintracht Geld zurück oder was? Ja, da müssen wir eigentlich auch mal sagen, wie gut die Eintracht das eigentlich die ganze Zeit wieder eingefangen hat. Also diese ganzen Spinnereien hat die Eintracht auch unter Bobic eigentlich wieder ganz gut eingefangen, hat es auch geschafft, diese ganzen Flusen, diesen ganzen Unsinn, der eigentlich umhergeschwirt ist, wieder einzufangen und auch zu deckeln und dementsprechend sich trotzdem wieder auf die rein sportliche Leistung zu konzentrieren. Ich denke, das ist natürlich schon jetzt mal ein Wert gewesen. Da kann man auch den Offiziellen gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie wieder es geschafft haben, ihn und wahrscheinlich auch seinen Berater, dementsprechend seinen Vater im Endeffekt auch ein bisschen mundtot zu machen, damit da die Sache jetzt halt gedeckelt ist. Aber klar, die Alex spricht natürlich einen validen Punkt an. Natürlich ist es eine Situation, die jetzt über schon viele Monate hinweg nervt. Und jetzt kommt es halt jetzt wieder hoch. Aber ich meine, das können wir auch von der sportlichen Seite aus betrachten. Also ich denke, dass wir über seine Abstöße sprechen und das haben wir schon vor einem halben, dreiviertel Jahr gemacht. Also das ist auch nichts Neues. Also das ist auch jetzt bei dem Spiel wieder ein Schwachpunkt gewesen. Da gab es den Seiten aus. Das ist echt nervig. Also da klotzt er den Ball unbedringt in Seiten aus. Und das, es gab immer diese Angriffspunkte. Nur, es wurde zeitweise ganz gut geschafft, diese einigermaßen zu deckeln, sich allein auf sportliche zu konzentrieren. Aber jetzt geht es halt schon in die andere Richtung, weil irgendwann gehen ja die Argumente halt auch aus. Ja und du, wir haben es glaube ich letzte Woche gesagt. Ich finde, das ist natürlich, dass wenn jemand sich von der Eintracht dann auch quasi indirekt los sagt, dass man sich auch von ihm entfernt und dann einfach so die Leistung ein bisschen nüchterner betrachtet und ihm halt nicht so leicht verzeiht, weil man das Gefühl hat, der will hier gar nicht sein und denkt, er wäre für ein besseres berufen und macht dann so eine Scheiße. Das ist glaube ich normal. Das ist halt genau der Punkt, dass man das Gefühl hat und das jetzt schon seit, wie lange geht es seit anderthalb Jahren, dass er hier nicht sein will. oder dass er glaubt, dass er eigentlich woanders hingehört. Ja verdammt, dann geh doch. Aber offensichtlich, also keine Ahnung, wenn man das Interview der Super-Tageszeitung heute gelesen hat, hat er immer noch keinen neuen Verein, weil da wurde er ja auch direkt darauf angesprochen, ob er sich verzockt hat und er hat gesagt, ah nee, ich glaube nicht, ist hier noch Zeit. Also es klang nicht wie, ja nee, ist hier jetzt alles seit einem Jahr eintrocknen Tüchern. Okay. Ja, das hätte ich mir halt gewünscht. Ich hätte mir, glaube ich, Winterklarheit irgendwie gewünscht. Diese Klarheit wäre halt für alle Beteiligten irgendwie besser gewesen. Dann kommt diese Diskussion jetzt gar nicht auf. Ja, aber ganz ehrlich, was passiert denn, was passiert denn, wenn wir es tatsächlich schaffen, in die Euroleague oder Champions League irgendwie ins internationale Geschäft zu kommen? Ich habe keinen Bock auf den Tag, wo er dann sagt, ah ja, die Eintracht spielt international, ja prima, bleibe ich. Aber genau das wird nämlich nicht passieren. Nee, das bedeutet nicht. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Die Eintracht ist da schon sicher mit irgendjemandem. Ich wollte das gerade sagen, die Eintracht ist ja jetzt schon eigentlich ziemlich weit mit anderen Interessenten beziehungsweise mit anderen Optionen. Da gibt es ja den Renaud. Auch wieder natürlich ein ähnliches Bonbon-Spiel wie halt bei der Situation um Radetzky, der ja auch relativ unbekannt war, dann in die Bundesliga gekommen ist. Genauso würde das hier laufen. Renaud ist natürlich jetzt mittlerweile ein Name, aber jetzt auch noch nicht international etabliert. Aber das klingt so, als würde das schon ziemlich in trockenen Tüchern sein. Also die sind hier in der Endphase. Ist der nicht auch von Bröndby? Der ist auch von Bröndby. Ich hatte das vorhin nochmal nachgelesen, weil ich das vorhin auch gesehen hatte. Also es gibt mehrere Quellen, die sagen, dass man sich da soweit schon recht einig wäre für eine Ablöse von rund dreieinhalb Millionen, also etwa eine Million mehr, als wir damals für Radetzky gezahlt haben. Der ist auch von Bröndby und er war schon dreimal in den Stationen der Nachfolger von Radetzky. Es wäre dann das vierte Mal. Ich dachte, es wäre das dritte Mal gewesen. Nee, also nachdem, was ich gelesen habe, war er das schon dreimal. Bröndby war jetzt die dritte Station. Aber es kann auch sein, dass ich mich dafür tue, dass es jetzt das dritte Mal ist. Also meine Quelle ist auch da die Bild. Von daher möge man das in Frage stellen. Ja, aber er scheint jetzt schon das eine oder andere Mal eben der Nachfolger da gewesen sein. Das heißt, er müsste oder er sollte zumindest auf keinem wesentlich schlechteren Niveau, würde ich jetzt mal behaupten oder vermuten, sein als Radetzky am Anfang. Klar, der hat sich natürlich jetzt in der Zeit, wo er hier war, auch nochmal ein bisschen gesteigert, aber scheint jetzt auch dann keine Nullnummer zu sein, wenn der da immer nachrückt. Ja, und wenn ich nicht in der Lage bin, ein paar niedere Instinkte einzuschalten, würde ich mir fast wünschen, dass Radetzky irgendwo in Freiburg landet oder so. Und dann denke ich, aber gut, ich wünsche ihm nichts Böses, muss man auch ausschalten. Aber ich finde die Situation kurios, weil das auch keine alltägliche ist. Also du hast nicht oft dieses, ja, ich warte jetzt wirklich komplett bis zum Sommer, was ich mache und dann könnt ihr jetzt gucken. Und da gab es ja dann immer wieder Versuche, weil eigentlich ist das ja ein Thema, das hätte man auch schon letzten Sommer klären können. Haben die Eintritte, hat es ja auch probiert, glaube ich. Die haben ja gesagt, hier, Digga, entweder verkaufen wir dich jetzt oder dann hatte man ja irgendwie noch die Hoffnung, dass er vielleicht doch bleibt. Er hat es ja auch gesagt. Er hat ja auch öfter mal wieder so ein bisschen Brot hingeschmissen zu sagen, ja, ich kann mir auch vorstellen zu bleiben, bla 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 bla. Dann gab es diese Diskussion über Geld, über diese Paradenprämien. Ja, und irgendwie kam nie was Wirkliches bei rum. Dann wurden die Stimmen immer pessimistischer von den Verantwortlichen, dass man das Gefühl hat, es wird nichts. Jetzt habt ihr es schon richtig gesagt. Wahrscheinlich wird Renau verpflichtet, was ich gut finden würde, weil anfangs wollte der Präsident, glaube ich, sechs Millionen. Den scheint man jetzt ein bisschen runtergehandelt zu haben auf dreieinhalb. Da könnte ich absolut mit leben. Natürlich ist es eine Wundertüte, weil wir ihn alle nicht kennen, aber so vom Außen, von den Aspekten, die wir beurteilen können, klingt das ganz gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile froh, wenn Radetzky dann auch weg ist, weil diese lockere Art, die ich am Anfang gefeiert habe, geht mir in so einer Situation wie jetzt eigentlich eher auf den Sack. Und ich bin, der Marvin und ich haben, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, als er dann nach dem Bremen-Spiel an die Kamera grinst. Das liegt mir immer noch ein bisschen im Magen. Das geht einfach nicht, finde ich. Fertig, aus. Und er hat jetzt auch, er hat auch gute, er hat jetzt auch gute Sachen gesagt. Also er ist ja, macht sich nicht frei von Schuld und er ignoriert das, sondern er weiß auch, glaube ich, und er hat selber zugegeben, dass er verunsichert ist. Kann ich alles verstehen. Ich wünsche ihm alles Gute, nur ich persönlich kann nur sagen, ich bin, glaube ich, froh, wenn er weg ist. Also ganz ehrlich. Für mich ist es jetzt, für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Eintracht gucke, dass sie das Heft des Handelns hat und dass sie auch eigentlich in der Oberhand wieder gewinnen, wenn es darum geht, die Torhüterposition zu besetzen. Für mich ist es wesentlich wichtiger, dass wir schnellstmöglich einen guten Ersatz verpflichten und falls aus irgendeinem Grund der Radetzki dann doch nicht genau weiß, was jetzt läuft und dann doch nochmal angebettelt kommt, von mir aus, dann scheiße ich da ehrlich gesagt auch drauf. Wichtig ist nur, dass wir dann schon jemanden haben, weißt du? Und wenn er dann doch keinen findet und naja, dann sagt er, ich würde vielleicht doch bleiben, dann hätten wir halt einen guten Zweikampf um die Torhüterposition. Das wäre mir dann auch recht. Da hätte ich auch kein Problem mit. Aber wichtig ist halt, dass wir uns von diesem elendigen, ja ich weiß nicht so genau, da würde ich ja vielleicht auch, dass wir uns davon freimachen und die Spielchen gar nicht mitspielen. Das wäre mir am liebsten einfach. Er hätte aber doch auch fair sein können, hätte verlängern können und wir hätten noch ein bisschen Ablöse kassiert etc. Genau. Das lief auch total daneben. Das ist so wieder dieses... Ausstiegsklausel rein. Genau. Dann sagt er dir, wenn du einen Verein hast, wenn du so gut bist, der zahlt für dich, keine Ahnung, acht Millionen Euro, lass uns das doch jetzt machen. Dann hat man in der Öffentlichkeit Ruhe und dann kann man einfach im Sommer das still und leise machen. Dann gibt es ein Datum, dann sagt man, ja die Option wurde gezogen, ciao Kakao. Und nicht dieses, ja mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also dieses, man muss es trotzdem so sagen, hat die Eintracht auch hingehalten. Genau, das ist wirklich so. Weil wenn er nämlich gesagt hätte, ich gehe definitiv, das gab es ja auch schon, bei Lewandowski war das ja auch so. Da gibt es dann mal kurz ein Ärgernis, aber da ist nichts eskaliert. Da war am Anfang der Saison klar, der geht nach der Saison. Fertig auf. Gab es ja öfters. Aber dieses, was er macht, ist immer ein Schwebezustand gewesen für die Fans, für ihn. Und wie gesagt, wir würden wahrscheinlich aber auch nicht so darüber diskutieren, wenn er jetzt nicht die drei Fehler gemacht hätte, die wirklich wichtige Punkte kostet haben. Hat er aber gemacht und da die Angriffsfläche bietet er selber, da muss er jetzt auch mit leben. Und das hat nichts mit, ja Spieler-Bashing, ein bisschen aufbauen. Nee, ich finde trotzdem, dass man das ansprechen darf. Weil er, wie gesagt, ja sich auch gegenüber der Eintracht nicht unbedingt perfekt verhalten hat. Und wenn er dann so Fehler macht, finde ich schon, dass man das Recht hat zu sagen, dass einem das nervt. Ja, definitiv. Also Recht hast du. Ja, und zurückkehrend zum Spiel war es halt auch da wieder eine Situation, die äußerst unglücklich war, wenn ich mir dann das 1 zu 1 angucke, wo er auch nicht hundertprozentig frei von Schuld zu sprechen ist beim 1 zu 1 von Lave. Nein, ist er wirklich nicht. Also wenn er die Hand dran hat, muss er normalerweise auch den Pfosten noch lenken. Es war wirklich wieder so eine Situation. Ich glaube, du hast es ja auch vorhin schon, Basti, angesprochen. Das ist im Endeffekt dann auch, wo du merkst, so ein bisschen natürlich auch für die Abwehr, die Verunsicherung. Normalerweise dieser Rückhalt, Radetzky, den du hattest, den hast du aktuell einfach nicht oder zumindest jetzt schon ein paar Mal nicht. Das heißt, eigentlich musst du auch, oder die Abwehr reagiert ja da auch drauf. Es ist immer dieses witzige Spiel, du hast hinten jemanden Starken drin, dann sind auf einmal auch die etwas nicht so stärkeren Innenverteidiger etc. Dann funktioniert das, dann ist das gut, jeder kann sich auf jeden verlassen und das läuft. Und ich merke da auch, dass da eine gewisse Verunsicherung drin ist. Das nervt halt einfach. Das muss überhaupt nicht sein und schon gar nicht in der Situation, wo wir ein Jahrhunderterlebnis mal haben könnten, dass wir wirklich vorne mitspielen. Und dann sind es diese Scheißfehler. Genau. Und ich hoffe so sehr, dass am Ende nicht dann ist, oh nein, jetzt haben wir wegen einem Punkt, da sind das nicht geschafft, dann raste ich komplett aus. Stell dir das mal vor, wirklich, dass dieses Ding in Bremen, dass der Punkt ist, der uns nicht in die Champions League bringt, dann raste ich aber wirklich mit aus. Also sorry, das würde ich glaube ich nicht so schnell im Sommer abschütteln können, weil das wirklich, diese Chance, wenn wir ehrlich sind, wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Die Eintracht, fassen wir das mal zusammen und ich bin der Pessimistische von allem, aber wenn wir jetzt mal rational sagen, was ist gerade, die Eintracht ist fünf Spieltage vor Schluss. Vierter, fünf Spieltage vor Schluss, das heißt jetzt, hätte es theoretisch in der eigenen Hand in die Champions League einzuziehen. Ja, da kotze ich hier aber gleich vor Aufregung und kotze aber auch, wenn ich daran denke, dass so viele unglückliche Dinge passiert sind. In Dortmund, dieser komische Abschlag, der nicht mal aus der eigenen Hälfte rausgeht, ist genau so ein Ding. In Hoffenheim, da haben wir ja jetzt angesprochen, das Tor von Gnabry, aber da waren ja noch mehr Szenen. Er hat ja, habt ihr die Szene gesehen, wo der Ball an den Innenpfosten geht von Hoffenheim? Oh Gott, Uli-Stein-Move. So habe ich, ich habe mir auch gedacht, der macht gleich hier ein Uli-Stein-Dings und hebt den Arm und ja, da geht das Tor aus. Auf einmal klatscht das Ding an Pfosten, wo der gar nicht aktiv zum Ball mehr geht. Dann schießt der zwei, drei Dinge an Seiten aus, ein paar Abschläge und wie da Dennis es gesagt hat, man hat dann auch, als Fan, klar, und die Mannschaft auf dem Platz wird es auch spüren, du hast dann nicht mehr dieses, geil, da ist einer, der rettet mal eine hundertprozentige, sondern da ist diese kleine Verunsicherung, da war auch noch ein Schuss, den er dann auch noch fallen lässt, wo du dann denkst, oh Gott, der lässt den fast prallen. Ja, am Ende des Tages hatte der Hoffenheim trotzdem nicht so krass viele Chancen, die standen eher defensiv gut und eigentlich hättest du dieses Spiel mit einem Radetzky in Topform, hättest du das gewonnen und ja, dann würde die Welt ein bisschen wieder anders aussehen und dieser Ärger bleibt trotzdem ein bisschen trotz dieser natürlich unterm Strich zwei gute Leistungen gegen Bremen und Hoffenheim, das darf man auch nicht versprechen. Ja, das ist so, das ist so, das ist richtig, aber klar, ganz gute Leistungen und natürlich kann man jetzt auch sagen, das waren halt auch gute Gegner, da muss man auch so jetzt gerade, auch Hoffenheim war ja eigentlich in, war ja in guten Form und davor halt auch Bremen in einer ganz guten Verfassung. Was mich dahingehend einfach ärgert, ist, dass ich keinen Lernprozess gesehen habe, also jetzt gerade bei Hoffenheim, Vergleich, Bremen, dann Hoffenheim oder eigentlich auch schon die Spiele davor, wirklich weit davor, dass Radetzky anscheinend auch nicht sieht, wenn er Fehler einfach macht, wenn er die Abstöße falsch schlägt. Da muss ich mich doch mit meinem Torwarttrainer besprechen oder mein Torwarttrainer muss mich auch darauf hinweisen, dass es hier gewisse Sachverhalte gibt, die so nicht gut funktionieren. Da, also das verstehe ich nicht. Also da muss ich doch Ich will ja nicht sagen, aber wir haben da immer noch Morbus Pets, ne? Ja, das war vollkommen richtig. Ja, gut, aber auch der kann, der kann einen guten Abschlag von einem schlechten Abschlag unterscheiden. Das ist schon wahr, aber, also das sind halt auch einfach so grundlegende Defizite, ne? Also mit dem Fuß am Ball, das war schon immer ein Problem. Eben auch die Sicherheit beim Rauslaufen. Warum werden nicht wieder diese langen Abwürfe gemacht, die wirklich immer gut ankamen? Warum wird das nicht ein bisschen umgestellt? Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Das ist im Endeffekt, das verstehe ich dann nicht. Du hast völlig recht, dem wirst du kein gutes Fußballspiel mehr beibringen können, im Radetzki, dass er einen super Abschlag hinbekommt. Das wird in der kurzen Zeit sowieso nicht gehen, aber warum versuchst du nicht wieder zu Tugenden, die schon mal funktioniert haben, wieder zurückzukehren, damit du einfach eventuell dort ein bisschen Sicherheit reinbekommst. Das bringt ihm ja auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen, wenn er merkt, oh, die Dinger kommen an, die Dinger laufen und nicht dieses, die Leute gucken schon, die Fans nicht alles, dass er auf der Tribüne schon, oh Gott, schon wieder so ein Ding. Aber es nervt halt einfach. Ich verstehe es auch nicht, ich finde aber schon, dass das eine Sache wäre, da gebe ich euch recht, eigentlich eine Sache, die auch der Torwarttrainer umsetzen müsste. Ja, und das nervt mich, weil das sind doch konsequent Möglichkeiten, an denen ich ansetzen kann und die gleich im Spiel implementieren kann und verbessern kann. Ich kann doch dafür sorgen, dass ich gleich weniger Abstoßschwierigkeiten habe. Ich kann doch dafür sorgen, dass ich weniger oft dem Gegner leichtfertig den Ball gebe. Das sind doch ganz, ganz Hand, ja, wie soll ich sagen, gute Handreichungen potenziell, die mir dazu verhelfen, das Spiel ein bisschen souveräner für mich zu gestalten. Warum wird das nicht gemacht? Das ist das, was mich ärgert, dass die Situation halt in den letzten Spielen so war, okay, das können wir jetzt nicht mehr ändern, aber wir können für die Zukunft planen und wir können für die Zukunft halt gewisse Dinge auch einfach abstellen. Ja, vielleicht ist er aber auch lernresistent. Das sind halt Dinge, die mich nerven. Das wollte ich zum einen sagen und was mich zum anderen auch noch irritiert hat bei dem Spiel, war das Verhalten von Ross, der für mich, ja, kein gutes Bundesligaspiel gemacht hat und mir ist halt, ehrlich gesagt, nicht so wohl dabei, wenn wir jetzt die letzten fünf Spiele nur noch ihn da hinten drin haben. Also das war für mich absolut nix. Sehe ich genauso. Der hat für mich von der ersten Minute an müden, schlaffen Eindruck gemacht und war auch von der ersten Minute eigentlich eine Schwachstelle. genau, aber mit Glück im Spiel, weil Hoffenheim es nicht ausgenutzt hat. Also viel ging halt einfach über rechts. Er stand ja eher auf der linken Seite und er war natürlich auch einer derjenigen, die am Ende auch am plattesten waren. Was du gesagt hast, eben war es die, klar, die ganze Mannschaft hat irgendwo ein bisschen platt gewirkt, aber er war da für mich so ein bisschen der Anführer. Ja, das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Aber jetzt kam doch in der 67. Minute schon für Russ, oder? Genau. Das haben wir, glaube ich, auch vor ein paar Wochen, also wir haben das ja, glaube ich, im Winter schon gesagt, warum wir auch eigentlich einen Innenverteidiger haben wollten, weil ich trotzdem, bei aller Sympathie, ich bin trotzdem, wie der Marvin es sagt, ich habe keinen Bock zu wissen, dass man die nächsten fünf Spiele mit ihm spielen muss. Da würde ich auch lieber Verlettern sehen, auch wenn der auch nicht der Allersicherste ist. Aber es ist genau das, weil ich habe das Gefühl, bei Russ kann es die Uhr nachstellen, wann der nächste krasse Bock kommt. Und alleine auch in Situationen im Spielaufbau. Also der ist halt einfach sehr, sehr grob in seinem Spiel. Der muss sich sehr, sehr anstrengen und konzentrieren, bis das von seinem Kopf in seinem Fuß gelandet ist. Und irgendwie wirkt das manchmal so ein bisschen handlungslangsam, finde ich. Das gefällt mir nicht. Natürlich war es keine Vollkatastrophe, aber ich bin da bei Marvin. Das finde ich unangenehm. Ich fand in dem Spiel auch noch interessant, dass scheinbar, also da Costa hat fast weiter vorne als Wolf gespielt. Also in der ersten Halbzeit ist mir das oft aufgefallen über rechts, dass viel über rechts ging und da war da Costa weiter. Und der ist auch jemand, der immer kämpft, aber der auch noch Defizite, glaube ich, in der, ja, von der Handlungsstelligkeit hat. Also er hat oft Situationen, wo er sich irgendwie mit seinen Füßen fasspelt und dadurch sehr, sehr aussichtreiche Situationen auch vertändelt. In der zweiten Halbzeit gab es auch so eine Situation. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten würde ich gerne noch De Guzman wieder loben wollen, der auch diesmal zweikampfstark krass war, also viele geile Bälle erobert hat. Auch die Standards waren gefährlich. Und ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, dieses Spiel fand ich, es war so ein Abnutzungskampf und eigentlich würde uns dieses 1-1 auch nicht so wehtun, wenn da nicht diese unglücklichen Nummern in Bremen und Dortmund gewesen wären. Ja, was mich halt echt mega ärgert, ist die Tatsache, dass ich in neun von zehn Fällen mit einem 1-1 in Hoffenheim, eher gegen Hoffenheim zufrieden wäre. Genau. Also, ich würde mich normalerweise überhaupt nicht jucken, ich werde mit einem Unschieden rausgegangen, aber dachte, ja, okay, ja, Hoffenheim, Unschieden zu Hause, geht doch, alles buggy, immer eine Kackmannschaft da, aber geht. Aber jetzt irgendwie nervt mich das halt, weil wir wieder relativ knapp dran waren, ja, wir haben auch, wir haben geführt, wir waren gut dabei und irgendwie sieben Minuten später kriegen wir ein schwachsinniges Kack-Gegentor. Das sind halt so Situationen, das ärgert mich, weil dann bist du schon wieder dran und du weißt ja, dass du jetzt die Heimspiele gewinnen musst, weil du genau weißt, dass die scheiß Auswärtsspiele kommen und die sind eh schon Mist. Also muss wenigstens die Heimdinger gewinnen und da kommen wir halt jetzt in dieses Rädchen der Bedrängnis, die uns immer weiter dazu bringt, unzufrieden zu sein mit einer eigentlich ordentlichen Positionierung. Aber natürlich, wie das ist, es ist Fußball, wir wollen alle mehr und ich hoffe auch, dass die Spieler einfach mehr wollen. Ja, es ist wirklich sehr, das muss man uns oder mir zumindest vielleicht auch nachsehen. Ich bin, ich, mir fällt es sehr, sehr, sehr schwer alles zu bewerten, weil auch diese Emotionen damit kommen. Also ich kann das gar nicht nicht dann betrachten, wenn ich da im Stadion bin, da kann ich nicht denken, oh geil, wir reden jetzt im Eintra-Podcast über taktische Sachen, weil ich wirklich da stehe und es mir körperliche Schmerzen bereitet, wenn so eine Führung dann ist und du weißt, oh, dann kommt der Ausgleich und du hoffst und dann schießt Alire an die Latte und dann weißt du nicht, macht Hoffenheim jetzt auch das Zweien oder vielleicht haben wir trotzdem noch mal eine Chance. Jovic hat das auch wieder ganz gut gemacht, auch wenn ich das Gefühl hatte, er wurde so ein bisschen oft alleine gelassen, also er hat irgendwie so ein bisschen, hat ihm am Anfang die Bindung gefehlt, weil er auch irgendwie keine Unterstützung hatte und das sind so Sachen, die sind mir dann alle so partiell aufgefallen, aber eigentlich war ich nur fix und fertig, weil ich nicht wusste, wie bewerte ich jetzt dieses Ergebnis und dann spülen, am Montag werden wir dann wieder auf Platz 4 gespült und jetzt weißt du, okay, wenn wir in Leverkusen gewinnen, dann wird es heikel und aber gleichzeitig weißt du aber auch, dass von hinten Gladbach noch kommen kann, also die Situation überfordert mich persönlich emotional sehr, dass ich nach jedem Spiel fix und fertig bin, gerade wenn die Dinge so unglücklich laufen und ich weiß nicht, wie oft von meinem geistigen Auge dieses Batshuay 3-2 schon gekommen ist, dieser Radetzki in Bremen, dieser Lattenkopfball von Eiler gegen Hoffmann, einer von den drei Dingern hätte vielleicht nicht passieren müssen und zack, ändert sich wieder alles und das ist, das wird jetzt nicht besser, das wird nicht besser, das wird jetzt noch schlimmer und das, puh, ja, das ist sehr anstrengend, glaube ich, alles. Wie seht ihr das denn? Ich hatte die letzten, ich weiß gar nicht, wann war das gewesen, gestern oder vorgestern, habe ich mit jemandem darüber gesprochen und da hieß es, naja, vielleicht fehlt der Eintracht auch so ein bisschen aktuell der Biss, was er damit begründet hatte, siehst das ja auch, wenn du dir so die gelbe, wir haben, glaube ich, die letzten zwei Spiele keine gelbe Karte bekommen, wir haben generell relativ fair gespielt und galten ja am Anfang der Saison auch gerade, als es noch so wirklich dann mal im Flow war, so, oh, die Eintracht, die läuft nochmal das letzte Extra und geht nochmal schön drauf und, ja, ich sag mal, spielt auch eventuell ein bisschen mal ein bisschen unfair, kriegt dafür auch mal eine gelbe Karte, aber damit hat es auch erledigt, wie seht ihr das, fehlt euch so ein bisschen diese Aggressivität aktuell auch, das war jetzt gerade in Bremen und Hoffenheim, ich hatte auch nachgeguckt, ich glaube, beiden haben ja tatsächlich keine gelbe Karte bekommen, was ja schon auch mal ungewöhnlich ist, hat Russen einbekommen, wo er Mitspieler, Gegenspieler einfach alles umgesenzt hat, ist das straffrei abgelaufen? Ich glaube aber nicht, also ich meine, ich hatte geguckt, Hoffenheim und Bremen waren, glaube ich, beide keine, aber, also dafür hätte er eine verdient. Der Schiedsrichter hat auch eine sehr lange Leine an dem Tag, also da, ich habe mich schon manchmal gefragt. Also diese Russennummer, die hätte auf jeden Fall eine verdient gehabt, da kommt da, da kommt da einfach eine ganze Minute zu spät, die Szene ist schon komplett vorbei und holzt einfach alles um, was da auf den Quadratmeter zu finden ist. Klingt nach einer wirklich verdienten gelben Karte, aber, Klingt auch absolut nach Russ. Von der Thematik her, aber fehlt euch so ein bisschen die Aggressivität auch vielleicht in den Zweikämpfen? Mir eigentlich gar nicht. Mir fehlt momentan tatsächlich nur das Spielglück. Das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, was ich bemängeln kann, weil alle Abnutzungserscheinungen waren erwartbar, gerade weil wir jetzt auch plötzlich anfangen, Verletzungspech zu kriegen. Ich bin eigentlich froh, dass wir das so gut auffangen können, ehrlich gesagt. Stimmt. Hätte ich nicht gedacht und was mir wirklich fehlt, ist einfach momentan wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, bei 390 gestern gesagt, ich würde gerne dem Fußballgott mit einer Baumaschine in die Schläfe bohren, weil es mich einfach nicht nervt. Das ist halt krass, weil das wirklich Sachen sind, ob so ein Ball von Allaire auf die Latte geht oder nicht, das sind ja Kleinigkeiten, da kannst du ja keine Grundsatzdiskussion anstrengen, die wir sonst immer hatten, wenn die Eintrag scheiße war, sondern momentan ist es einfach übel, dass diese Kleinigkeiten sich gegen uns entscheiden und ich hoffe, dass das sich schnell wieder irgendwie ausgleicht, weil... Ich würde gerne zwei Ergänzungen machen, einmal zur Aussage von Dennis mit den Karten, ich habe gerade eben nachgeguckt, wir haben auch im Mainz-Spiel schon keine einzige Karte bekommen, also es sind jetzt insgesamt drei Spiele in Folge. Hey gut, ob wir in Mainz ist ja, also ob wir da auf dem Platz gestanden hätten oder nicht, hätte am Ergebnis nichts geändert. Das 3-0 hätte sich Mainz sich alleine gemacht. Dann hätten die die Tore wieder selbst machen müssen, das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen... Ich hatte den Punkt von Basti in dieser Pre-93-Teaser-Folge auch gehört und dadurch, dass ich jetzt natürlich das Spiel am Wochenende nicht gesehen habe, bin ich da jetzt vielleicht auch nicht wie Basti so irgendwo pendeln zwischen 180 und 360 so vom Puls. Was ich mir währenddessen so überlegt habe, ist, auf der einen Seite bemängeln wir, dass die Bundesliga so fürchterlich langweilig geworden ist, weil seit dem 20. Spieltag feststellt, dass die Bayern Meister werden. Auf der anderen Seite haben wir gerade eben ganz viel Spannung in dem Punkt, wer landet wo, aber das passt uns dann irgendwie auch wieder nicht. Also wie viel wollen wir uns da selbst gerade widersprechen? Ja gut, das ist ja die eine Sache. Mir als Fan geht es natürlich auf den Sack, dass wir es da jetzt nicht schon entschieden haben. Ich werde auch gerne schon sicher Zweiter, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, aber mir kann es ruhig spannend sein, unten im Abstiegskampf, oben, solange die gesicherten sind zwei Platz. Spannung ist ja immer nur besser, wenn man nichts damit zu tun hat. Also ich würde auch gerne einen spannenden Meisterkampf sehen, wo wir nichts mit zu tun haben oder einen spannenden Abstiegskampf. Das ist ja interessant für mich. Genau, wenn es um die Eintracht geht, dann ist es auch okay, wenn die 20 Tage vor Ende schon als Meisterfest stehen. Dann finde ich die Bundesliga super. Aber wenn es sich als Bayern sind, dann nervt es halt. Die Frage ist auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe die Frage jetzt in dem Sinne auch nicht verstanden, weil das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, das fragt er nicht. Wo sind wir hier eigentlich? Ich glaube, du redest es. Ist das der Mond? Ist das der Mond? Nein, also ich verstehe den Sinngehalt der Frage ja nicht. Ich meine, das ist doch einfach klar, dass wenn die Eintracht einmal irgendwie in einer sicheren Position ist und vielleicht irgendwie mal frühzeitig Europa League oder Champions League reihen kann, natürlich freue ich mich. aber hier geht es doch darum, dass die Bayern seit Jahrhunderten ein Dauerabonnement auf die Deutsche Meisterschaft haben. Das ist doch ganz klar, dass das dann im Zweifel langweilig ist. Also insofern. Ich glaube, heute hat jemand gesagt, es gibt ja, jetzt wurden ja wieder Kinder, werden wieder Kinder eingeschult. Die haben noch keinen anderen deutschen Meister als die Bayern erlebt. Das ist schon traurig dann. Das ist tatsächlich traurig. Das stimmt. Es war jedenfalls eine Frage, die ich mir gestellt habe. Die ist hier nicht erwünscht. Die ist hier nicht erwünscht. Ich merke das schon. Ich sage einfach gar nichts mehr. Das hat ja schon Bruchhagen-Niveau im Interview. Was erlaubt ist, sich überhaupt diese Frage zu stellen? Man hat ganz Leben noch kein Geld in die Schweiz überwiesen. Ja, das ist traurig. Ich haue ihn in die Fresse. Wie rennen sie überhaupt mit mir? Mehr sind sie nicht wert. Ich will den Chefredakteur sprechen hier. Großartig. Auf der Grund. Dann würde ich sagen, haken wir Hoffenheim ab und dann dürft ihr jetzt was zu Leverkusen sagen und ich halte mich einfach aus. Ist doch nicht beleidigt. Nee, komm. Jetzt Butter bei die Fische. Nächstes Spiel am Samstag, 15.30 Uhr in Leverkusen. Direkter Konkurrent, die jetzt in dem vergangenen Montagsspiel 4-1 gegen Leipzig gewonnen haben. Ich hatte so ein bisschen auf so ein Unentschieden, es passiert nicht viel Spiel, gehofft, aber nun gut. Boah, das war ein deutliches Ausrufezeichen. Das war ein sehr deutliches Ausrufezeichen. Ich habe noch mal geguckt, das Hinspiel haben wir auch verloren. Man erinnert sich vielleicht. Leno hat diese Saison schon neun Mal zu Null gespielt. Also die Abwehr und der Torwart stehen da auch und von 32 Spielen, die wir bislang hatten, haben wir da jetzt auch nicht allzu viel gewonnen. Zumal Volland gerade irgendwie gut drauf ist, Bailey ist irgendwie gut drauf. Was vielleicht so ein bisschen hoffen lässt, ist, dass Wendell sich im Spiel am Montag verletzt hat. Wobei dann auf der Gegenseite die Frage ist, was ist mit der Verletzung von Jovic? Da wurde relativ schnell auch gesagt, ist es alles wieder gut? Ist jetzt wirklich alles gut oder ist das so, wie wir es mit den anderen Verletzten gesehen haben? Fragen über Fragen. Wirklich viele Fragen, aber eine kurze Einfügung zu Leverkusen. Letzte Spiele, 2-0 verloren gegen Köln und 0-0 gegen Augsburg. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt, wo ich mir in die Hose mache. Das ist richtig. Weil wir jetzt einmal 4-1 gewonnen haben gegen Leipzig. Klar war das mal, wenn die ihr Potenzial abrufen, wissen wir alle, ist das eine super Mannschaft. Auch Leno ein wirklich super Torwart. Aber es geht ja einfach nur darum, wir müssen einfach auch unser Niveau abrufen. Und dann hoffe ich auch auf Bastis, dass Bastis Wünsche erhört werden, dass endlich der Fußballgott dann mal in so einem Spiel ein bisschen Eintracht-Fan ist und dann so ein Ding reinfällt und wir da mit einem 1-0 oder sowas rausgehen. Da wäre ich schon so, also ich habe da wirklich keine Angst, dass wir unter die Räder geraten, denn dafür hat eigentlich Leverkusen in der Saison auch nicht konstant gut genug gespielt. Und gerade aus den letzten drei Spielen haben die jetzt 1 gewonnen und das dann halt mal mit 4-1. Ich denke, da ist schon was drin für uns auch. Ich denke auch, vor allen Dingen Leipzig ist halt auch nicht, also Leipzig ist nicht Bayern. Wir haben gegen Leipzig locker mit. Das könnte auch Franz Beckenbauer der Spruch sein. Leipzig ist nicht Bayern. Was ist denn das hier heute für eine Mobbing-Stimmung hier? Ist da der René dran, jetzt ich? Ich komme hier nicht mehr hin. Ich bin ja nur froh, dass ich hier nicht alleine aufs Maul kriege. Ja, der Moderator jetzt ist Mädchen. Ihr seid ja ganz große Helden. Ja, führen Sie weiter aus. Entschuldigung, Entschuldigung, Alex. Ich wollte damit nur sagen, also Leipzig ist jetzt nicht die Übermannschaft, gegen die man nicht mal gewinnen kann. Deswegen würde ich da die Leistung von Leverkusen ein bisschen schmälern wollen. Die hatten einen guten Tag gehabt, aber die hatten auch schon viele verletzte Aufmerksamkeit. Viele verletzte Aufmerksamkeit. Was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war danach, dass es, glaube ich, vier angeschlagene Spieler gibt. Das fand ich ganz gut. Vier? Okay. Bender und Wendell fallen, glaube ich, sicher aus. Leno war noch angeschlagen und noch irgendjemand. Also die sind da ziemlich weg. Und die Alex hat halt einfach vollkommen recht. Und natürlich, guck dir die letzten Spiele an. Ich meine, natürlich ist es ein ordentlicher. Ich meine, ganz klar, das ist eine Mannschaft, die eine richtig gute Offensiv vor der Reihe hat. Das ist ganz klar. Also da sind richtig gute Spieler dabei. Das haben wir in der Hinrunde ja auch schon gemerkt. Und das wird auf jeden Fall eine toughe Aufgabe. Aber wir können bislang unsere Leute ganz gut kompensieren, die ausgefallen sind. Und warum sollte das nicht so weitergehen? Wir müssen uns, wie der Dennis das schon eben erwähnt hat, wirklich auf unsere eigenen Stärken konzentrieren. Und da gibt es auch immer mal wieder Möglichkeiten, die vor schwierige Aufgaben zu stellen. Und Tar ist ein guter Spieler, aber das ist auch nicht der sicherste Verteidiger, den es gibt. Der ist noch relativ frisch, noch relativ jung. den kann man auch mal vor Probleme stellen. Natürlich weiß ich, dass jemand wie Brand, Volland, dass das richtig coole Jungs sind. Aber auch denen kannst du mal gefährlich auf den Füßen stehen. Und die sind auch nicht, die mögen das halt auch nicht, wenn du mal ein bisschen körperlicher spielst. Und Bailey auch. Da musst du halt einfach mal sehen, dass du anders spielst. Da musst du halt wirklich vielleicht mal wieder dich jetzt nicht gräben, wenn du mal eine gelbe Karte kassierst, weil die vielleicht für den Spielverlauf ganz sinnvoll sein kann. Ja, also genau, also da muss halt eine andere Körperlichkeit her. Das muss eigentlich so ein Spiel werden wie gegen Leipzig. Also da ist vielleicht ein bisschen weniger Hass, aber so ein Spiel wie gegen Leipzig, da kannst du richtig viel in Leverkusen machen. Denn, seien wir mal ehrlich, das ist jetzt auch nicht so, als würdest du jetzt hier vor 60.000 grönen Zuschauer entstehen. Das ist immer eine Freibier-Atmosphäre, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Freibier-Atmosphäre. Gefällt mir, ja? Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ja, ich bin da von Natur aus ein bisschen skeptischer. Ich rechne mir dort gar nichts aus, weil ich glaube, dass die Eintracht so ein bisschen auf der Felge geht jetzt. Mich hat das so ein bisschen erschrocken ab der 70. Minute gegen Hoffenheim und ich habe irgendwie Angst, dass Leverkusen jetzt diesen Lauf kriegt, also mit diesem 4-1 und dass die da quasi so einen Endspurt einleiten. Weil, wie ich es schon gesagt habe, ich glaube, die hatten leider ihre Hänger schon. Also, die haben sich ihre Auszeiten, glaube ich, schon genommen. Die haben auch, glaube ich, haben die nicht zu Hause gegen Hertha auch verloren? Das kann nicht sein, ja. Das ist eine gute Frage. Ja, aber die hatten, glaube ich, ihre Hänger schon. Leipzig hatte die, hat das jetzt auch nochmal kurz gehabt. Die sind aber eigentlich auch wieder drin. Dortmund wurschtelt sich irgendwie durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns so auf den letzten Metern der Sprit ausgeht. Also, mein Fokus ist tatsächlich eigentlich nur auf der Euroleague, wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Anderes traue ich mich noch nicht irgendwie zu denken. Bin aber natürlich der Erste, der wahrscheinlich vor Anspannung erstickt, wenn er dort tatsächlich gewinnt und dann hast du danach ein Heimspiel gegen Hertha. Es wird alles sehr interessant. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann es gar nicht seriös einschätzen. Ich weiß, ich kann wahrscheinlich nicht über das Spiel schauen, weil ich es nicht aushalte. Ja, sie haben gegen Hertha und Schalke auch schon verloren gehabt. Wie er sagt, das ist ein 50-50-Spiel auch. Dennis hat es, glaube ich, gesagt, wir brauchen vielleicht ein bisschen Glück dort. Aber das ist ja auch nichts Unmögliches. Der Marvin hat es auch gesagt, das ist nicht so, dass wir jetzt hier bei Bayern spielen, für die es noch um alles geht, sondern für mich ist es tatsächlich so, und das kann für die Eintracht oder gegen Leverkusen sprechen, das ist aktuell, sind wir, glaube ich, trotzdem selbst mit Schalke. Und wir haben es ja in Dortmund gesehen. Wir sind mit diesen Mannschaften tatsächlich nicht nur tabellarisch, sondern auch von aktuellen Leistungsstärken. Ich glaube wirklich, dass wir mit denen ebenbürtig sind. Tatsächlich, so komisch, wie sich das anhört. Weil weder Schalke, gegen die haben wir 2-2 gespielt, in Dortmund war es knapp, gegen Leipzig haben wir gewonnen. Also diese Mannschaft, mit denen wir uns da betteln, Leverkusen hat ja auch glücklich gewonnen, weil es so ein schlechter Tag von uns war. Das sind alles 50-50-Spiele, so krank wie das klingt. Aber die Eintracht ist tatsächlich jetzt auch ein ernst zu nehmender Champions-League-Kandidat, aber ich habe irgendwie Angst, dass uns die letzten Kaner und glücksfennige fehlen. Ich weiß, das ist so ein Bauchgefühl, aber nur. In dem Spiel fehlt uns auch noch Mascarell, meine ich. Der soll nach dem Halbfinale, nach dem Pokal, Pokal, ja. Okay. Also, aber wir können halt trotzdem hoffen, dass wir unsere Leistung eigentlich auch aus den letzten Spielen trotzdem konservieren können und nochmal ein paar Prozent drauflegen und dann funktioniert das auch wieder mit Siegen. Also, es ist halt nicht so, ich weiß nicht, ich meine, wir kennen die Eintracht und wir wissen, ja, die Rückrunde ist, ja, holst du mit Ach und Krach nochmal irgendwie zehn Punkte, sicherst nach einer grandiosen Hinrunde noch gerade zu den Klassen halt, also so ganz so schlimm ist es halt jetzt nicht. Wir spielen eine ordentliche Rückrunde, wir hatten eine richtig gute Siegesserie, wir haben eine gewisse Heimstärke ausgebaut, wir sind eigentlich ganz gut im Spiel aktuell. Natürlich sind jetzt die letzten Ergebnisse nicht so richtig geil, aber trotzdem sehe ich nicht, dass wir jetzt hier eine typische Eintracht-Rückrunde spielen und wenn ich mir dann die anderen angucke, die aber auch herum deletieren, ja, na gut, jetzt kam jetzt Gladbach hat mal wieder gewonnen, okay, gegen die Hertha, das heißt aber, da haben dementsprechend natürlich auch die Hertha auf Distanz gehalten, ja, und Leipzig, ja, verliert, verliert immer wieder, der große Leipzig-Fluch ist noch da, ja, Dortmund, na, jetzt haben wir wieder gewonnen, aber auch schon oftmals herum deletiert, also da ist viel Mix, Zeug dabei, aber noch nichts, wo ich jetzt sagen müsste, meine Güte, da muss ich mich jetzt richtig warm anziehen, weil die holen hier gerade richtig auf, das ist halt nicht so, Leverkusen, ich glaube, die Gladbacher spielen auch noch gegen die Bayern, die nehmen sich natürlich noch, die nehmen sich noch gegenseitig die Punkte weg, also insofern, ganz geil. Ja, Gladbach spielt jetzt in München, auch wenn die Bayern durch sind, die werden sich das dann nicht irgendwie nehmen lassen, Schalke spielt gegen Dortmund, ja, und die Woche drauf spielt Leverkusen gegen Dortmund auch noch, richtig, das ist es ja, was mir diese kleinen Funken noch gibt, warum ich da nicht mit 100% mit abschließen kann. Zuvor Leverkusen dann auch im Pokal gegen die Bayern, da wird es auch nochmal irgendwie ein bisschen, dann müssen wir halt unsere 6-Punkte-Spiele von da oben gewinnen, dann sind wir doch gut dabei. Also ich sag's mal so, wenn ihr einfach wirklich noch in die Tempe, die müsste jetzt 6 Punkte aus den 2 Spielen holen, das ist trotzdem leider nicht unmöglich, also in Leverkusen zu Hause gegen Berlin kann man 6 Punkte holen und wie ich es schon gesagt habe, die anderen nehmen sich zwangsweise irgendwo Punkte ab und dann hängst du da fett drin und dann sind es tatsächlich noch 3 Spiele und dann, was bei den letzten beiden Spielen sowieso der Fall ist, da ist eh alles egal. Also in den letzten beiden Spielen zählt ja auch gar nichts mehr, da brauchen wir auch nicht drüber reden, wie haben wir die Hinrunde gegen die gespielt, wie haben wir in der Vergangenheit, nee, das sind 2 Pokalspiele dann quasi, die bei bestem Wetter unter ganz anderen Voraussetzungen eine ganz andere Atmosphäre sind, wo, da kannst du dann auch auf Schalke gewinnen, wenn du es brauchst, das geht locker, also das haben wir alles schon erlebt an anderen Stellen, also das ist, und ja, es sind jetzt diese, es sind jetzt diese 3 Vorspiele noch, wo du in Leverkusen zu Hause gegen Berlin und dann spielen wir glaube ich in München, oder? Wir spielen nach Berlin in München, dann zu Hause gegen den HSV und dann kommt das Schalke-Spiel. Genau, und dann hast du noch deshalb wieder einen Pokal dazwischen, also es sind, es sind entscheidende Wochen, die uns jetzt vorstehen, da kann leider und Gott sei Dank alles passieren. Das ist ja das, was Dennis gerade eben gesagt hat, wir sind mit der Spielweise und so weiter, da sind wir momentan ein ernstzunehmender Gegner, also du kannst theoretisch aus jedem Spiel Punkte mitnehmen, wie viele sei jetzt mal offen, aber du kannst auch die Bayern in München ärgern und dich hinten reinstellen und dann nimmst du da auch noch einen Punkt mit. Auch das schaffen wir, warum auch nicht? Ja, das ist vollkommen recht, René, du hast vollkommen recht, überleg doch mal die Situation, in der die Bayern dann sind, da sind die zwischen wichtigen, also wenn die jetzt heute nicht rausfliegen, dann sind die da wahrscheinlich zwischen wichtigen Spielen eingekesselt, da ist wirklich Knackerprogramm da, dass die dann eh schon feste Meisterschaft, dass die dann mal drei, vier Prozent weniger geben und dass das zumindest einem Unentschieden für die Eintracht reicht, auf jeden Fall, da ist alles drin, die nächsten Wochen werden wild verrückt, da kann selbst der HSV auch noch nicht absteigen, die Eintracht muss da Ja, ich will nochmal sagen, aber da muss die Eintracht übrigens auch wirklich mal zeigen, dass sie auch mal zu Spielen gewinnen können und im Zweifel den HSV mal in die zweite Liga zu kicken, nicht, dass wir hier wieder den fröhlichen Grüßonkel und Punktelieferanten spielen, was mich oft genug in der Eintracht-Historie schon geärgert hat, also da müssen wir definitiv nichts anbrennen lassen, weil auf sowas habe ich dann auch keine Lust, aber wie gesagt, da geht schon was, das ist schon möglich, die nächsten Wochen werden total wild und wer weiß, die anderen nehmen sich halt alle gegenseitig die Punkte ab, ja und also ich sehe das nicht so negativ, Schalke spielt auch noch gegen Gladbach, ja das sind ja auch, Gladbach ist ja auch noch so ein Euroleague, potenzieller Euroleague-Teilnehmer, Dortmund und Leipzig müssen beide noch nach Bremen, ja genau, Leipzig spielt noch gegen Hoffenheim, also die nehmen sich dann auch noch ein bisschen die Punkte weg, also da ist noch, also wir haben noch mehr als genug Schmutz, Basti, wie geht's dir gerade? Mir geht's nicht gut, immer wenn ich euch mit euch dann treffe, wird mir wieder heiß und kalt, Wechseljahre, Basti. Ja, wahrscheinlich, ich bin zu alt, ich bin jetzt wie so ein Spieler am Ende der Saison, ich bin meine Kräfte schwinden, den rausgezerrt, ich bin schlägt, der Marco Rust, das Eintracht-Podcast, manchmal so heiß wie ein Wurziger. Jetzt bin ich der Dritte, der hier gemobbt wird, toll. Ja, ich darf auch mal austeilen. Schön noch, dein ist mit Marvin. Das ist die Uhrzeit schon eingetreten. Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Also alles offen gegen Leverkusen, dann dürft ihr jetzt mal sagen, was ihr ergebnistechnisch tippt und der Basti darf anfangen, weil er gerade so gut drauf ist. 2-0 für Leverkusen. 2-0 für Leverkusen, sagt er. Frau Alex. Ähm, unentschieden. Ich bin bei einem 2-2. 2-2. Dennis. 1-0 für die Eintracht. Geil, geiler Typ dieser Dennis. Marvin. 1-1. 1-1. Ich sag, auch ein 1-0 für die Eintracht. Sehr gut. Dann wird es echt ernst, Leute. Das könnte das Kickstarter-Spiel werden. Dann wird es wirklich ernst. Dann wird es sehr ernst. Vor allem wäre das dann auch ein ganz guter Vibe, den man mitnehmen kann in das Pokalspiel, was da ja auch nächste Woche ansteht. Das ist alles so schnell. Das geht alles so schnell. Wir werden uns ja eigentlich gar nicht mehr vom Pokalspiel wahrscheinlich treffen. Da müssen wir ja jetzt eigentlich auch drüber sprechen. Ja, habe ich auch gerade so überlegt. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Dann lass uns da doch schon mal so ein bisschen. Das ist doch erst am Mittwoch, oder? Das ist erst am Mittwoch, genau. Also wir können ja schon mal so einen groben Ausblick wagen und dann gucken wir mal, ob wir Dienstag noch eine Folge hinkriegen. Schalke spielt, wie schon gesagt, jetzt am Sonntag 15.30 gegen Dortmund zu Hause. Auch krass, auch geil. Da nehmen die sich auch ein bisschen den Hass weg. Ja, vor allen Dingen Schalke wird halt auch zu Hause nicht zulassen wollen, dass Dortmund da wirklich irgendwie großartig Punkte mitnimmt. Die werden da auch bis aufs Messer irgendwie kämpfen. Sonntag 15.30. Die haben dann halt auch nur zwei Tage dazwischen, wo die wieder so ein bisschen Kraft tanken können. Die sind halt jetzt auch alle schon so ein bisschen aufgrund der Saison. Also das könnte uns halt auch so ein bisschen in die Karten spielen, wenn die da über 90 Minuten sind. Das ist ein Herzinfarkt. Die Seele aus dem Leib brennen müssen. Ich muss am Samstag Leverkusen schauen und dann noch am Mittwoch drauf fahren wir doch da hin. Ach du lieber Himmel. Fußball ist echt anstrengend. Das macht auch nicht immer nur Spaß. Aber vor dem Pokalspiel habe ich mehr Angst als vor Leverkusen oder da habe ich ein schlechteres Gefühl vor. Irgendwie, ich kann gar nicht sagen, warum, aber das steht unter keinem guten Stern. Auch wenn Schalke, die haben bis jetzt nicht schlecht gespielt, aber auch nicht überragend gut. Die haben alle ihre Spiele auch mit so einem Gurken 1-0 oder mal ein 2-1. Das ist auch alles nicht klar gewonnen. Aber es ist schon eine effiziente Mannschaft. Also man muss ja sagen, dass Schalke zum ersten Mal seit vielen Jahren eigentlich mal wieder einen seriösen Bundesliga-Fußball spielen lässt, der ohne großartige Querellen auskommt, wo die Punkte auch eingefahren werden und nicht alle drei Minuten über den Trainer nachgedacht wird. Also dafür ist Schalke schon ein weites Stück gekommen, dass die jetzt halt nicht alles Zauberfüßler sind, merke ich auch, aber trotzdem ist es für Bundesliga-Verhältnisse, wo eigentlich jeder zweite Verein am Nahtoderfahrung sammelt und irgendwie an der kompletten Inkonstanz ist, da ist es schon ganz gut, was Schalke da aktuell fabriziert. Und natürlich wird es auch brutal, weil Auswärtsspiel auf Schalke ist auf der einen Seite weniger Druck für die Eintracht. Ich kann das schon nachvollziehen, was die Alex dort meint, aber ehrlich gesagt, das ist für mich schon wieder so ein Bonusspiel. Also ich finde es geil und ich würde mich jetzt nicht damit anfreunden, dass die Eintracht definitiv ins Pokalfinale kommen muss, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe jetzt lieber mal, ich fahre am 18. nach Hamburg, da ist Wrestling, und habe aber jetzt lieber nochmal kein Rückfahrt-Ticket gebucht, will ja nicht zurück von Hamburg nach Frankfurt müssen und dann wieder zurück nach Berlin. Also ich habe dann doch gedacht, dass ich dann lieber mal aufpasse und dann vielleicht am Samstag dann direkt von Hamburg nach Berlin fahre. Also was man glaube ich auf jeden Fall sagen kann, Mittwochabend im Pokal gegen Schalke, da werden mehr als genügend Eintracht-Fans hinfahren. Das Ding wird halt einfach rappelvoll sein und das wird eine grandiose Stimmung sein. Also allein das dürfte schon viele einfach auch über diesen Abend da ganz ordentlich rübertragen. Auf jeden Fall, Basti und ich sind ja auch da. Ja, dann ist die Stimmung sowieso grandios und dann ist nur die Frage, steht das Stadion danach noch oder nicht. Bombig. Kommt aufs Spiel an. Ja, ich sehe sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung Gegenstände irgendwie durch die Luft fliegen. Ich schalte das noch aus, ich fühle momentan gar nichts, sonst kann ich nicht mehr schlafen. Das glaube ich dir nicht so ganz, aber noch gut. Also es wird eine spannende nächste Woche werden und wir müssen nochmal gucken, wie wir das sendungstechnisch hinkriegen. Eigentlich müssten wir vor dem Mittwoch aufnehmen, weil ich glaube, nach dem Mittwoch ist Basti so oder so nicht zurechnungsfähig. Ich bin mir auch schon direkt wieder gegen die Härte dann. Ja, genau, deswegen, ja, da befindest du dich quasi in der nächsten Krise. So, dann lassen wir uns nochmal gucken, was sich so aktuelles getan hat. Das Thema mit Radetzky und Renault, was ich mir da aufgeschrieben hatte, hatten wir vorhin schon besprochen. Dann sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass ja am vergangenen Wochenende im Spiel die T-Shirts United Colors auf Frankfurt verkauft worden sind. Die waren ja rund um das ganze Spiel verfügbar und alle 11.500, die es bislang gab, sind verkauft. Ja, es sind, glaube ich, noch 800 übrig, die beim Härter-Spiel angeboten werden nochmal. Ja, hoffentlich, weil als ich da hin bin, gab es schon überhaupt gar kein L mehr. Da gab es nur noch S. Okay. Ja. Okay, dann hatte ich das vorhin überlesen. So spät war ich da gar nicht da. Dann gibt es noch eine kleine Restzahl. Es gab überhaupt S&M-Shirts, was total untypisch ist. Die wissen anscheinend nicht, dass man beim Fußball ist. Guckt ihr, da sollt sich mal eine durchschnittliche Kindheit angucken. XL und XXL. Also S&M ist maximal so für Kindergröße geeignet, aber gut. Vielleicht waren es ja Kindershirts und ihr habt das nur, äh, ihr standet am falschen Stand. Ich habe das M in die Hand genommen, das war schon, also sehr, sehr klein. Ja, du, Alex, du hast eins abbekommen? Nee. Nee, nee. Okay. Ich war gar nicht da. Ich dachte nur, weiß einer von euch, weiß einer von euch, ob es am nächsten Spiel auch das Trikot nochmal geben wird? Weil das finde ich eigentlich fass. Das habe ich nicht mitbekommen, nein. Da hatte ich jetzt nichts von gelesen. Ich hatte jetzt nur gelesen, dass es eben nochmal ein paar Restbestände, oder dass es dann nochmal welche gibt. Ich hatte das vorhin so verstanden, dass das dann quasi nochmal eine neue Auflage oder ein neuer Druck ist, aber wenn Dennis sagt, dass es so einen kleinen Restbestand gab, dann sind es wohl die von dem Trikot. Meines waren nur 800 Shirts, die übrig sind und die gehen beim Spiel gegen die Hertha nochmal in den Verkauf. So hat es aber, kann auch sein, dass ich was falsch gelesen habe. Aber von dem Trikot hatte ich jetzt nichts gesehen. Okay. Ich hoffe mal, dass es die noch gibt, weil wie gesagt, M wäre für mich halt auch viel zu klein gewesen. Ja, ich glaube, dann kann ich das irgendwie, keine Ahnung, das wird jetzt nicht so gut passen, kann ich irgendwie als bauchfrei dann tragen. Also insofern, ja, ich hoffe, dass da noch was geht, weil die Shirts sind auf jeden Fall mega geil und ich finde es auch super gut, dass es diese Aktion gibt. Die Choreo war auch super. Ich glaube, 35.000 Euro oder was wurden gesammelt, ne? Ja, genau. Irgendwie sowas um den Dreh, ja. Ich gucke nochmal, gab es hier einen Betrag, der genannt wurde. Ich hatte jetzt keinen. Bei der Choreo hast du echt mal gesehen, wenn es für eine gute Sache ist, wie die Öffentlichkeit auch ignorieren kann, dass da Rauch gesündet wurde. Ja, das stimmt. Obergeil, ne? Ja, da reden keine Menschen drüber. Im Fernsehen haben sie es dann auch gezeigt und draufgehalten und gesagt, ah ja, es ist so eine tolle Aktion. Ich mir auch dachte, ihr Heuchler, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Habe ich mir auch gedacht. Super, super. Aber es sah toll aus, imposant. Das ist, hat natürlich auch wieder Werbung gewesen, ne? Für die Eintracht, für die Stadt, für uns alle. Ja. Grüße. Ich finde jetzt hier gerade nichts, wie viel da eingenommen worden ist, aber es müsste. Ich meine 35.000 gelesen, so haben wir irgendwie 15.000 über die bedruckten Shirts. Ja, ich habe noch gesehen, irgendwie sowas schon erklärt. Nochmal 20.000 über die Trikots. Das steht doch im hessenschau.de-Ticker. Ihr müsst gucken. Fanaktion hat schon 35.000 Euro gesammelt. Mann, Mann, Mann. Das muss beim Tages, also beim Aufstehen muss das euer erster Klick sein. Ja, aber du hast ja Alex für ihn gehört. Die liest, glaube ich, Bild. Stammt es da auch? Die Alex war schon dran mit Dissen, René. Die Alex darf man nicht mehr ergern. Achso, Alex war schon durch. Okay. Ja gut. So, und dann haben wir noch das Thema Stadionausbau hier drinstehen. Das hatte ich reingeschrieben gehabt. Ich hatte heute was gelesen gehabt, dass angeblich die Kapazität auf 60.000 erhöht werden soll. Und es war irgendwie die Summe im Raum von 25 bis 30 Millionen Gesamtinvest. Da werden aber wohl auch verschiedene Multimedia-Dinge ersetzt. Also wie der Videowürfel, glaube ich, wird neu gemacht. Ja, 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 genau. Dann irgendwie in den Logen ist wohl einiges zu erneuern. Das ist wohl alles nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nee, das ist wohl die Technik. Was weiß ich. Wahrscheinlich wollen sie alle 75 Zoll-Fernseherz da hängen haben und es ist nur 40 Zoll. Genau, damit keiner mehr rausgehen muss, um dieses scheiß Spiel zu gucken, sondern dass man das im Fernseher gucken kann. Genau. Wo es oft das Essen gibt. Die Glasfläche bei der Loge wird einfach durch so einen vollständigen Bildschirm ersetzt. Ich habe heute auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen, dass ab Mai, glaube ich, auch schon gebaut werden soll. Ja, aber halt am Stadiongelände. Genau. Am Clubzentrale. Am Clubzentrale. Clubzentrale, ja. Genau. Da wird ein bisschen was erneuert. Aber das deckt sich ja mit den Aussagen, die im Januar, war das, glaube ich, bei der Mitgliederversammlung, Hellmann ja schon gemacht hat, wo er ja schon angedeutet hat, dass einige Veränderungen geplant sind, auch egal, wie das jetzt weitergeht am Stadion. Denn ganz ehrlich, der Videowürfel, da hat er auch vollkommen recht, der ist, ja, wie soll ich sagen, wie lasst mich das einigermaßen vorstellen? Scheiße. Ja, der ist scheiße. Ja, ja, gut. Ich meine, der ist halt extrem Pixel. Genau, der ist Retro, der ist pixelig. Wahrscheinlich kann ich da meinen N64 anschließen, habe noch super Bildqualität. Weil ganz ehrlich, guck dir das nochmal an, bei jedem zweiten Spiel fällt da die Hälfte der Pixel aus. Das ist so ähnlich. Und dann siehst du hier was nicht, siehst du da was nicht, ja, was ist denn los? Also da muss natürlich jetzt was gemacht werden. Das Ding ist zwölf Jahre alt oder 13 jetzt im Endeffekt, ne, wie ist ja zum M2006 gebaut worden. Dann ist das ganz klar, der Lauf der Dinge, da muss man halt mal ein bisschen Geld reinstecken, das finde ich sinnvoll. Aber wer investiert denn dieses Geld bis 2050 auch WLAN im Stadion ist? Ja, gut, das wäre geil. Da ist er heute schon WLAN, das funktioniert nur nicht. Was, wofür braucht ihr denn WLAN im Stadion? Wollt ihr SkyGo gucken oder was? Ja, falls der Monat in der Loge ausfällt. Wenn man auch fragen kann, ob das Abseits war und so. Ja, also ich bin immer tot. Schatz dauert noch, ich muss kurz per WhatsApp hier. Kann ich wenigstens Bescheid sagen, wenn ich nicht nach Hause komme. Ne, Leute, aber ganz kurz, wer würde denn das Geld investieren? Ist das die Stadiongesellschaft oder wer ist das? Wer würde diese 30 Millionen denn überhaupt in die Hand nehmen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich die Stadt beziehungsweise die Stadion GmbH oder nicht? Müsste ja, weil du würdest ja als Verein jetzt nicht anfangen. Ja, das soll sich hüten. Nein, du brauchst ja nichts. Du brauchst, ist doch ganz klar, derjenige, der dem Stadion gehört, das ist also der Vermieter, der muss es investieren und das ist dann dementsprechend die Stadion GmbH, die halt das Geld vorstrengen muss und dafür sorgen muss, dass das Mietobjekt in herausragendem optimalen Zustand ist. Kommt da eine Mieterhöhung? Mit Sicherheit. Das ist durchaus möglich, klar. Aber andererseits, wenn du dir halt überlegst, wie viel Geld pro Jahr da reinfließt, dann kann man halt mal einmal 20 bis 30 Millionen investieren, ja, kannst halt mal zwei Jahresmieten nehmen und die dann wieder da reinstecken, ne? Wäre ja super, wenn es so läuft. Also ich habe nämlich nur gedacht, okay, Marvin, genauso, ich habe auch gedacht, naja, gut, klar, muss der Vermieter, muss irgendwie die Stadion GmbH oder AG oder was auch immer erledigen. Trotzdem habe ich mir nur gedacht, na, da bin ich ja mal gespannt, wie dann unsere Verhandlungen laufen bezüglich, wir haben keinen Bock mehr, 10 Millionen oder 9 Millionen im Jahr zu bezahlen. vielleicht ist das dann auch so ein Kompromiss, wenn wir schon 9 Millionen bezahlen, baut ihr wenigstens auch da was Gescheites für uns aus und hin. Weil ich habe immer nur gehört, das kam ja immer alles nur vom angeblich Hellmann und Hellmann propagiert das nach außen und wir bauen jetzt für 60.000 Zuschauer hier ein Stadion, etc., etc. An sich würde ich das verstehen, diese Aussagen, wenn es unser Stadion wäre, aber es scheint ja irgendwie dann hoffentlich so zu sein, dass nicht irgendwie wir dann doch an den Kosten wieder beteiligt werden, sondern dass irgendwie über so eine Weise... Also, dass es vielleicht indirekt umgelegt wird, kann schon durchaus sein, halt durch Mieterhöhungen, was weiß ich, aber da wird es auch irgendwelche vertraglichen Vorschriften geben, aber im Endeffekt ist es halt auch so, dass so eine Veränderung, so eine bauliche Maßnahme halt auch zum Vorteil ist, um sich international wieder besser zu positionieren, wenn es darum geht, Top-Konzerte zu hosten, denn natürlich ist doch klar, dass auch ein super Videowürfel für die Leute interessant ist, die halt jetzt große Konzerte veranstalten. Stimmt. Da willst du halt Jon Bon Jovi jetzt auch nicht nur im Pixelmatch da oben sehen, sondern willst halt eine möglichst geile Auflösung haben und wenn du dann damit sagen kannst, ah ja, nö, nö, ihr könnt hier ins Stadion, wenn euch 50.000 hatten wir mal, jetzt sind wir bei 60.000, das ist natürlich dann für den einen oder anderen Megastar dann auch wieder interessant. Also im Endeffekt geht es halt auch für alle und die Eidracht ist halt nur Hauptmiete, ist halt derjenige, der am meisten da ist und wahrscheinlich am meisten davon vielleicht profitieren kann. Okay, gut. Okay. Ja, schauen wir mal, wie das dann abläuft und was dann da alles getan wird. Man wird es ja dann auch mitbekommen. So, das war es jetzt glaube ich so von der Liste an aktuellen Themen. Es sei denn, ihr habt da noch was? Nein. Dann gehen wir doch über zu unserer neuen, nächsten Lieblingskategorie. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir haben ja da einiges an Nominierten für den Dummschwätzer der Woche. Wir müssen aber als erstes auflösen, wer denn in der letzten Woche das Rennen gemacht hat. Ich gehe nochmal kurz durch, wer nominiert war. Wir hatten Reinhard Grindel für seine 95% Videobeweis reichen doch. Wir hatten die Berliner Zeitung Frank Willmann und Wolfram Ellenberger für diesen Anti-RB-Nazi. Vergleich. Wir hatten Stoiber, der Kalle und Uli für ihre Kreativität lobt. Dann hatten wir den Herrn Ismaik für seinen leicht schiefgegangenen April-Scherz, den Stadionsprecher von Schalke für das Bejubeln des Tores von Guido Buchstaller. Dann hatten wir Christian Streich, der nicht überreagiert hat, sondern ein Schimpfwort benutzt hat, was immer noch lustig ist. Dann hatten wir Nagelsmann, dann hatten wir noch die Regierung von Österreich für ihr Pyro-Ding und dann hatten wir noch Lothar Matthäus und gewonnen haben mit 33,3% die Berliner Zeitung, der Herr Willmann und der Herr Ellenberger für ihren sehr merkwürdigen Vergleich, den sie da angestellt haben und gedruckt haben. Glückwunsch. Zurecht. So, und dann gucken wir doch mal, wer auf der Nominierten Liste für diese Woche steht und da sind wieder so ein paar Hochkaräter mit dabei. Wir haben wieder einiges an Nominierungen von den Hörern bekommen. Als erstes haben wir einmal die Nominierung von Frank, der alle Menschen, die gerade dieses wunderbare Geräte um oder diese ganzen RB-Offiziellen, die dieses ganze Geräte rund um dieses Montagsspiel da gerade eben veranstalten, da gab es ja auch den, so ein kurzes Statement von Hasenhüttl in der PK, der gesagt hat, ja wunderbare Stimmung und dass man die Mannschaft überhaupt nach so einer Niederlage noch angefeuert hat, das hätte man noch in keinem anderen Stadion gesehen. Kann man so sagen, ist aber halt auch falsch und kacke. Ja, Nominierung passt schon, alles gut. Genau, dann haben wir als nächstes die Nominierung von Karim, der Christian Ortlepp nominiert für Sportjournalismus auf höchstem Niveau, der nämlich nach diesem wunderbaren 3-0 des AS Rom von gestern ein altes Ergebnis rausgesucht hat, wo Rom mal irgendwann 7-1 gegen die Bayern verloren hat und gesagt hat, von wegen gar, wir erinnern uns auch noch an diese Zeit. Ich finde es total geil, dass das Ortlepp überhaupt, das ist so ein typischer Fanboy, der hat nichts mit einem Journalisten zu tun. Das ist genauso, wie wenn du einen Hase installierst, dass er objektiv über Karotten berichten soll. Das kannst du nicht, das kann nicht funktionieren. Also das Ortlepp überhaupt als Journalist wahrgenommen wird, ist nur dem sehr offenen Begriff des Journalisten zuzusprechen. Ja, gut. Im Prinzip kannst du ja uns hier quasi auch als Journalisten fast wahrnehmen. Naja, also kannst du machen. Das ist halt dein Fehler. Ich war schon dran mit Mobbing, du musst jetzt Dennis nehmen, der war noch nicht. So, ich schweige. Ich schweige. Ich versuche auch diese Dummschwester wegzuschweigen, ich bin aufgeregt genug. Dann haben wir eine, wie ich fand, sehr schöne Nominierung bekommen und zwar von Christoph, der eigentlich Gladbach-Fan ist, sich aber extra jetzt bei uns im Chat angemeldet hat und hier auch fleißig zuhört. Von daher Grüße gehen raus an Christoph. Und er möchte Markus Lindemann nominieren als Sky-Dummschwätzer der Woche, der in der wohl in der Einzelreportage am Wochenende das Spiel Gladbach gegen Hertha kommentiert hat und in einer Tour Dewey Selke über den grünen Klee hinweg gelobt hat und ihn wahrscheinlich vom Platz weg geheiratet hätte, wenn da nicht noch anderes auf dem Platz gewesen wäre. Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt es mir wieder ein. Sky, Kommentator gegen die Spiel gegen die Eintracht gegen Hoffenheim, der hat es auch mit den Namen nicht auf die Kette gekriegt, der hat die ganze Zeit von Jan Radetzki gesprochen. Aber eine komplette Halbzeit. Der hat auch gar nicht aufgehört damit. Es war einfach klar, bei jedem Mal, wenn er wieder über den Torwart gesprochen hat, war es Jan Radetzki. Und irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit hat er dann gemerkt, okay, ist Lukas. Hat sich dann aber auch nicht entschuldigt und gesagt, hier, meine Regie hat mir gerade mitgeteilt, der heißt gar nicht Jan, der heißt Lukas, ist mir hier durch die Lappen gegangen, weil der andere Torwart, der heißt ja Jan, warum müssen die auch immer so viele Torhüter haben, kommt man ja durcheinander. Gar nichts. Auf einmal wurde aus Jan Radetzki, Lukas Radetzki. ganz schwieriger Vogel. Okay, wer war das? Ich kann es dir nicht sagen. Okay, gut. Ja, zu dem Gladbach-Ding kann ich wenig sagen, weil es müsste viel passieren, dass ich mir Hertha gegen Gladbach im Einzelspiel anschaue. Ja, das schiebt er dann auch noch nach, in dem er einfach sagt, dass man als Gladbach-Fan wahrscheinlich Lindemann verdient hat, weil durch den mittelmäßigen Fußballleistungen man wahrscheinlich auch einfach nur mittelmäßige Einzelkommentatoren bekommt. Lindemann ist halt auch, ich glaube Lindemann kommentiert gerne in der Region Gladbach-Köln immer so die Spiele dort manchmal. Kann sein. Wenn das mal sonntags läuft und ich finde auch, dass es nicht der allerbeste, den da Sky an den Start schickt. Der ist sehr, sehr dröge, finde ich. Ist jetzt nicht mein Liebeskopf. Ja, die an die paar Spiele, wo ich ihn als Einzelkommentator erlebt habe, kann ich mich jetzt auch nicht sehr positiv zurückerinnern. Aber da gibt es auch noch ein paar andere von der Sorte. Dann haben wir noch eine Hörernominierung von Sasch0387 und zwar nachdem wir letzte Woche Stoiber hatten, der Uli und Kalle und Heinkes lobt, haben wir diese Woche den Herrn Grindl, der in einem Tweet Uli, Kalle und Heinkes lobt für ihre wunderbare Art und Weise, wie sie den FC Bayern leiten, bla 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 bla. Man hat es gefühlt, der hat ja jetzt viel Kontakt mit Philipp Lahm durch die EM-Bewerbung und die tauschen sich auf jeden Fall aus, was die Tja, Trivialitäten ihrer Witz betrifft. Also das ist, ich weiß nicht, ob die das nicht selber nochmal lesen, sagen, oh, das ist ganz pfiffig oder wie die das machen, das ist wie so ein Toastbrot. Irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen strange, aber kennen wir schon Philipp Lahm, er ist jetzt auch bei Twitter, naja, gut. Das ist wahrscheinlich alles dieselbe Medienagentur, die dahinter steht, also zumindest von der... Ja, aber da brauchst du keine Medien, da kannst du ja einen Bot programmieren, der sowas twittert. Also das geht ja, du kannst ja ganz locker, oh, heute ist ein schweres Spiel, hoffentlich gewinnen wir, Punkt. Ja gut, das sind im Trafelsfall eher alles nur so Textbausteine aus den D, dass wir da zusammenklicken und dann raus damit. Ja, ja. So, damit sind die Hörernominierungen dann auch schon durch, sind wieder so ein paar sehr treffende mit dabei. Habt ihr denn noch Nominierungen? Nein. Ich habe auch keine, außer man könnte ja theoretisch, nee, das ist halt leider nicht der Dummschwätzer, aber ich wollte eigentlich die euphoriegeladene Meisterfeier von das FC Bayern mal erwähnen. Ich habe effektiv irgendwie nichts davon mitbekommen. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich mich nicht angestrengt habe, besonders viel davon zu sehen, aber ich muss sagen, das ist alles so ziemlich untergegangen, oder liege ich da falsch? Also ich meine, keine Ahnung, ich habe auch gar nichts gegeben, ich habe nicht ein Bild gesehen. Also normalerweise siehst du doch dann diese GoPro-Kram-Kack oder irgendwelche Berichte zumindest. Die GoPro im Bierglas. Das war letztes Jahr schon so ein Drama, dass selbst die Spieler keinen Bock drauf hatten. Das wird dieses Jahr nicht zwingend besser geworden sein. Vielleicht kommt das aber auch noch am letzten Spiel. Ich weiß es nicht, aber ich habe auch wieder mal gar nichts davon mitgekriegt. Kann vielleicht auch sein, dass ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegang. Aber ja, es ist schon bemerkenswert, dass es immer weniger wird und dass die das wahrscheinlich auch nicht bockt richtig, weil die davon ausgehen. Ich habe aber auch noch Nominierungen nach dem Grad eingefallen. Ja, sehr gerne, dann hau raus. Ich nominiere den Block 36 bei uns im Stadion, weil ich das Gefühl habe, in den letzten Monaten ist dort die Stimmung immer, immer schlechter geworden und mittlerweile hast du das Gefühl, selbst wenn lauter Gesänge sind oder gute Spielsituationen, singt nicht mehr jeder mit. Das war früher mal anders. Ich fordere hiermit dazu auf, dass der Block 36 sich ein bisschen besinnt und nicht nur schweigendes Publikum dort steht, weil ich habe das Gefühl, die Stimmung… Hatten sie da nicht erst vor zwei Jahren auch die Karten irgendwie getauscht, wo sie irgendwie die noch halbwegs lauten aus dem 36er rausgezogen haben in 38er und die, die im 38er nicht mehr mitgesungen haben, in 36er verfrachtet haben? Also ich bin da aber nicht getroffen, ich bin immer noch im 36er. Wenn das so sein sollte, dann… Du warst zu leise. Warst du zu leise, ja. Ich habe mich nicht qualifiziert für einen 38er. Er hat da unten rausgeflogen. Warten mal, wie es nächste Saison aussieht. Frankfurt's Next Top-Pöbel, Basti wundersamerweise rausgeflogen. Nee, ich bin immer noch im Niemandsland. Nein, ja, ich würde… Also allgemein finde ich, dass die Stimmung ein bisschen nachgelassen hat. Ja, aber da kann ich bestätigen, dass das in 42 auch ein Problem ist, ja. Hat das auch so gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, die Fans im Stadion realisieren gar nicht, was diese Saison drin ist. Vielleicht sind die alle so verwirrt wie ich und haben Angst, aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, so wirklich die Stimmung leidet ein bisschen zu Hause gerade, finde ich. Und was eigentlich schade ist, weil, wie gesagt, die Saison wird wahrscheinlich einer der besten sein in den letzten Jahrzehnten. Und eigentlich haben wir auch schon oft hier beschrieben, dass eigentlich alles cool ist. Also würde ich mir wünschen, dass das wieder ein bisschen besser wird. Ich habe jetzt den 36er nominiert, weil ich das sage, live mitkriege. Ich sehe da auch immer viele unbekannte Gesichter, die dann da stehen, die im Rucksack, ach, keine Ahnung. Gentrifizierung vom Block 36 schreitet voran. Sind ja mittlerweile nur noch Juppie-Fußballfans da, oder? Scheinbar, ja. Oh, Eintracht ist interessant hier, denke ich mal. Gute Laune, 36, dann bekomme ich doch mal schnell ein Ticket. Ja. Naja. Aber gut, interessanter Punkt, dass du es angesprochen hast, ja. Das sind die Themen, die uns alle beschäftigen und mal angesprochen werden mussten. Ja. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Stimmung sind, passt, glaube ich, ja die Mail, die der Superheld uns im Nachgang zu unserer letzten Folge geschickt hat, noch ganz gut. Ich will dir das nicht vollständig vorlesen, aber er hatte ja auch den Punkt drin. Wir hatten ja beim letzten Mal quasi zum Spenden aufgerufen, um ihn aus dieser RB Leipzig Verschwiegerung da raus zu kaufen. Und er hat gesagt, Scheidung fällt schon deswegen aus, weil seine Frau immer, die in einem Handwerksbetrieb arbeitet, die Eintracht-Fans verteidigt und sagt, dass sämtliche Fans von anderen Mannschaften überhaupt keine Stimmung hinbekommen. Das würde dem ja dann so ein Stück weit widersprechen, aber allein das ist ja ein Grund, nicht zur Trennung aufzurufen. Nein, auf jeden Fall. Aber es zeigt natürlich, dass der Ruf der Eintracht immer ja vorauseilt. Natürlich jetzt, was du am Anfang des letzten Spiels so gesehen hast, ist natürlich richtig toll gewesen, aber der Dennis hat es ja auch angesprochen. Wir sind auch im 42er oftmals von einer akuten Stimmungslosigkeit betroffen, die sich irgendwie so ein bisschen merkwürdigerweise Aber auch durch viele Fremde. Das stimmt schon, das ist bei uns auch das Problem. Das klingt ja wie so ein AfD-Podcast. Ja, ja. Da hat es Dennis auch erwischt. Wie du mit dem Gesicht aus unserem Blog wenn ich nicht wollte. Nein, aber also ich muss da schon mit dir auch mitgehen. Da zitiere ich doch gerade nochmal die Real-Fans mit Great White. Oh je, oh je, oh je. Genau. Schön, schön. Nein, aber es sind wirklich... Ich finde es trotzdem, dass es ein Punkt ist, den der Dennis hat. Es sind einfach immer andere Leute und die Stimmung kommt einfach teilweise auch in 42 zieht sich nicht so auf. Ich denke Marvin, das ist das, was du auch meinst, oder? Ja, ja, klar. Ich meine, wir stehen jetzt schon meistens irgendwie am gleichen Platz, aber da gibt es dann schon viele, die du so halt noch nie gesehen hast und so weiter und so fort. Auch mal, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, aber trotzdem, ich meine, das ist ja scheißegal. Selbst wenn du neu bist, kannst du dann auch richtig einsteigen und so. Du musst ja jetzt auch nicht die außergewöhnlichsten Kacklieder singen, die sich irgendeinen Vollpfosten da ausgedacht hat und halb besoffen. Also da, weil es sind nicht alle Lieder geil, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also da sind, da sind, da sind auch einige musikalische Verbrechen dabei, ja, von Liedern, wo du eigentlich, wo du eigentlich schon jahrelang gehofft hast, dass die nirgendwo jemand mehr ausgräbt und ausgräbt und dann sind sie doch wieder, wenn sie doch wieder gesungen. Also es kommt immer drauf an, ja, aber ich meine, wir haben halt eigentlich ein reiches Vokabular und wenn der gute Stein, die dann anstimmen, dann kann man halt auch mal mitmachen, ja, wir können ja eigentlich froh sein, Ja, aber der kann auch mal ein bisschen, der kann auch mal ein bisschen abwechslungsreich sein, ne, also ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen eine Mannschaft aus Granit gesungen oder gehört habe, ich mag es nicht mehr. Also A, singen wir das seit 800 Jahren und in dieser Saison gefühlt 30 Mal in jedem Spiel. Das langt. Okay, also die Alex wünscht sich eine Helene Fischer-Remix, ja, von eine Mannschaft aus Granit oder so, ja. Wird mich nicht wundern, wenn es dir... War mal lauter. Ja, aber wie gesagt, aber es geht einfach darum. Ich finde aber auch, dass es mal Zeit ist, wie so ein neues Bretterlied so, wo du denkst, Ich finde, es wird auch mal Zeit, die Euphorie für Europa aufzugreifen, was ist denn los? Ja, ich weiß nicht. Also wir können, wir können das da, wir wollen das, wir wollen das ignorieren und dann beschweren wir uns über die fehlende Stimmung, also das, das Einzige, was im Moment Stimmung machen könnte, ist doch die Chance auf Europa und wir tun so, als gäbe es das nicht. Also bei mir, ganz ehrlich, ich besitze momentan auch mehr, als dass ich stehe. Was siehst du? Da fängt es an! Da fängt es auch schon an, Alex! Raus! Ich wurde auch aussortiert, aus dem Witziger. Du bist sogar schon, du bist ja nicht mal mehr im Stehplatz. Du bist schon auf dem Witzplatz verwendet. Hier kommst du mal in mein Alter, mein Freund, da reden wir mal weiter. Stehst du auch nicht mehr da unten. Das gucken wir mal. Mit dem Roulador kommst du da oben einfach besser dran überall. Aber jetzt mal, ich meine, es ist ja so, das ist schon eine Sache, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber deswegen... Das Lied gut, hattest du gesagt, das Lied gut. Ja, nee, nee, aber mir ging es einfach nur darum, dass ja auch einfach mal wieder jeder mitsingen kann, aber vielleicht sind auch viele einfach schon viel zu früh zu voll und können dann nicht mehr singen oder so, ja, keine Ahnung. Aber das wollte ich eigentlich sagen, war das nicht so, dass wir gesagt haben, bis fünf Spieltage vor Schluss wird nicht über Europa geredet und auch nicht in den Mund genommen, aber das heißt doch, jetzt könnten wir es machen. Genau, jetzt geht es los. Aber warum denn? Also ich meine, am geilsten war es doch, wo wir ein Jahr vorher schon davon gesungen haben. Das war das Beste, das Wüchtige war, dass das schon am Dings angefangen hat, beim Freundschaftsspiel in Mannheim, hat dann plötzlich Europa Cup bei Missing You und dann hat sich das irgendwie versetzt. Genau. Dann hat es am Ende tatsächlich geklappt. Wahnsinn, ja. Und es war doch obergeil. Und jetzt ist es so, ja, nee, singen wir noch nicht drüber, vielleicht klappt es ja nicht. Also wenn doch einer drüber singen kann, dann wir als Fans, wenn die Mannschaft das noch weiter ignorieren will und nicht als Ziel ausgeben will, so what? Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Taktik zu tun, aber ich habe Bock drauf und ich will es auch zeigen und da will ich jetzt nicht nochmal Real Madrid besingen. Ja, wobei die Aussagen von der Mannschaft und so ja schon waren, dass man klar jetzt auch Europa anpeilt, das haben sie ja Ja gut, jetzt kann man es ja auch machen. Jetzt sind ja diese fünf Spiele, jetzt geht es voll Gas. Ich hoffe, dass das auch passiert auf den Rängen. Wir können es nicht nur von der Mannschaft verlangen, sondern das muss auch von den Rängen kommen, weil um so ein bisschen, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt hier in der Champions League bei Liverpool und auch bei AS Rom, da hat das Heimpublikum schon, glaube ich, eine kleine Rolle mitgespielt und das kann bei uns auch sein. Also, sich nochmal krasse Atmosphäre zu schaffen. Ja. Ich hoffe, dass das in Leverkusen anfängt. Da ist es auch nicht so schwer, ein Heimspiel zu haben, wie der Marvin schon sagte. Gut, haben wir ja noch weitere Nominierte als mögliche. Freibierstimmung muss auch der Sendungstitel sein, bitte. Freibierstimmung ist überragend. So, dann machen wir mal noch zum Abschluss die Empfehlungen. Ich habe letzte Woche ein Spiel für Mobilgeräte empfohlen. Diese Woche empfehle ich ein Konsolenspiel, Far Cry 5. Ich habe noch nicht so wirklich viel gespielt, aber es macht unwahrscheinlich Bock. Ich habe noch nicht angefangen zu spielen, aber es hat Spaß. Nee, doch. Ich habe es schon, Ulla, hast du es denn geholt? Ich habe es auf der PS4, habe jetzt knapp zehn Stunden irgendwie da rein versenkt. Kannst du mich leihen da reinholen, was, um was geht es da? Ist so ein bisschen wie, also von der Idee ist halt auch so ein Open-World-Spiel, so ein bisschen wie GTA. Du hast halt auch so Hauptmissionen und so Nebenmissionen und in dem Fall ist quasi die Storyline aufgebaut, dass du in so einem, ja, fiktiven Bereich in den USA bist, der von so einer, ja, Kultsekte besetzt ist und du musst den quasi wieder befreien und musst halt quasi Gegner abschießen, dralala Hochlevel. Das ist ein aktuelles Thema, es geht eigentlich um Trump. Genau, also die werden sich die Story leiten. Und das ist Far Cry 5? Das ist Far Cry 5, ja. Ich habe doch gefühlt letztes Jahr noch Far Cry 2 gespielt und da war es neu. Nee, letztes Jahr war Far Cry Primal und das war schlecht. Dieses Jahr ist Far Cry 5 und das ist richtig, richtig gut. Das macht richtig Bock. Die haben sich echt einiges einfallen lassen und macht, glaube ich, also wenn man sowas in der Richtung mag und jetzt keinen Bock hat, irgendwie auf den nächsten Teil von GTA zu warten, ist das, glaube ich, gerade so das angesagte Ding. Ist das am Ende auch schon in Farbe? Ja. Ja, aber die haben, die haben, glaube ich, so einen Arcade-Motor, ist ein bisschen pixeliger dabei, das ist dann, glaube ich, eher wieder was für dich, Alex. Den spiele ich auf dem Stadionwürfel. Großartig. Ja, also wer da Bock zu hat, meine Empfehlungen momentan können da mal reingehen. Sehr gut. Habt ihr noch was? Ich habe nichts. Ich hätte an dieser Stelle WrestleMania empfohlen, kann ich aber nicht guten Gewissens tun, von daher. Sollen wir es als Nicht-Empfehlung aufschreiben? Als halb auf eigene Gefahr-Empfehlung. Ja, nein, also ich habe eigentlich, ich habe eigentlich schon eine kleine Liste zusammengestellt, die könnte ich mal rumschicken, also von drei bis vier, du kannst eigentlich, normalerweise kannst du die ersten drei Stunden gucken von WrestleMania und gehst mit einer guten, mit einem guten Gefühl nach Hause. Alles, was du da nachguckst, wird halt ein bisschen schwierig. Ich habe so eine Liste zusammengestellt von WrestleMania-Matches, die man sich unproblematisch, entweder, entweder man muss es sich angucken oder man kann es sich unproblematisch angucken und das ist kein Drama. Ja, aber dummerweise geht WrestleMania halt nicht drei, sondern mittlerweile abstruse sechs, ja, fünf bis sechs Stunden, sechs Stunden eigentlich, ne, ja, sechs Stunden. Das waren knapp, glaube ich, knapp sechs Stunden irgendwie sowas um den Dreh, ohne den Kick-Off vorneweg, den habe ich nicht geguckt. Ja, genau, also genau, mit Kick-Off sind es sieben Stunden und naja. Und ein bisschen, naja, es ist echt lang. Es ist einfach unsäglich lange, das muss man sagen. Ich kann das halt nachvollziehen, denn du willst halt jedem ein Payday geben und du willst irgendwie Storys zusammenführen und alles, ist alles klar, aber trotzdem musst du eigentlich, um die Stimmung auch hochzuhalten, gewisse Dinge entschlacken. Also da muss man sich perspektivisch Gedanken machen, wird aber nicht passieren, weil so kannst du das immer noch als Megashow titulieren. Das Ding ist halt, du tust den Main-Events auch keinen Gefallen, wenn ich das mit, letztes Jahr, dieses Jahr war die Stimmung im Main-Event katastrophal, wenn du das mit vergangenen Main-Events vergleichst. Du hast halt aber auch The Rocking Austin und The Rocking, also weißt du, du hast ja wirklich krasse Crowds gehabt immer bei den Main-Events und wo es echt viel los war oder Benoit noch. Also das waren ja, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen, dass jetzt irgendwie so, ja, da ist man dann froh, wenn es vorbei ist und da rastet keiner mehr aus. Ist ein bisschen schade. Hängt halt aber auch leider ein bisschen damit zusammen, dass der Main-Event ja auch eigentlich von, ja, also das wollte ja auch jetzt, also ich keine Ahnung, wann, ich wollte nicht wirklich so viele Leute sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das Schwänzchen bei so vielen Menschen gejuckt hat. Aber ich hatte auch nicht so wirklich das Gefühl, dass man das jetzt auch irgendwie, also da ist auch kein Spannungsbogen irgendwie aufgebaut worden. Also ich hatte nicht nur das Gefühl, dass die Leute es nicht sehen wollen, ich hatte auch so das Gefühl, dass die Verantwortlichen das eigentlich auch gar nicht so richtig haben wollten am Ende. Ja gut, das ist ein Hot Take auf jeden Fall, den ich jetzt sofort gleich mit rübernehmen werde zum Ringfox-Podcast, den wir bald aufnehmen zu WrestleMania. Ganz explizit werden wir über die Dinge, die gut und die nicht so gut gelaufen sind sprechen. Bam! Dann empfehlen wir doch hier auch gleich die kommende neue Ringfox-Folge zu WrestleMania. Ankannt und brutal. Demnächst in ihrem Podcast Empfangsgerät. Genau. Und eine halbe Empfehlung, weil ich nicht weiß, wie weit ihr damit schon seid, ich empfehle euch die Smackdown-Folge von gestern. Das ist richtig. Die war richtig gut. Das ist richtig, auf jeden Fall. Und wenn ihr große Freunde des gepflegten Catchers seid, dann kann ich... Was denn? Juba hat es 3-0 gerade gemacht. Wo ist die Nächsten? Ei, ei, ei. Oder zählt das ja, oder? Ja, doch, tatsächlich. Ach, du lieber Himmel. Das heißt, die stehen jetzt wo mit Hinspiel, Rückspiel? Es ist jetzt Verlängerung. Also 3-3. 3-0 gegen das Hinspiel aus. Das wäre natürlich jetzt was, wenn jetzt sowohl Barcelona als auch Real aus der Champions League rausfliegen. Ach du liebe Güte. Also Juve würde ich es ja echt gönnen, am Ende das mal zu gewinnen, weil ich glaube, das ist der einzige Titel, den den Buffon noch nicht hat, oder? War das nicht so? Ja. Krasser Torwartfehler. Ja, aber richtig krass. Jetzt überlechte ich mal ein Finale Rom gegen Juventus. Der legt das hier in Radetzky. Ich wollte gerade sagen, Radetzky zieht die Mütze aus. Ich finde den Avast halt auch echt nicht so gut. Der ist auch nicht gut. Ich verstehe es auch nicht, Kehlen, die haben so viel Asche und dann ist das so ein Kasper. Der ist auch nicht gut. Der war auch noch nie gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie den eigentlich auch nur verpflichtet haben, damit sie irgendwie den Markt dort abgreifen können und noch mehr Shirts verkaufen. Also irgendwie, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Sehr abstrus. Aber gut. Naja gut, lasst uns mal irgendwie den Deckel zum Mann, dann können wir nochmal gepflegt ein bisschen Fußball gucken und wir haben die Thematik ja hier heute auseinanders besprochen, oder? Genau. Wenn Senior Marwin das sagt, dann biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Wir sagen danke für das Zuhören, für das Kommentieren, für die vielen Dummschwätzer-Nominierungen. Wir freuen uns auf neue Nominierungen, neue Kommentare, neues Feedback. Von euch, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Allen denen, die nach Leverkusen fahren, eine gute Auswärtsfahrt, bringt reichlich Punkte mit und dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Hey! 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 father won't pute! Hey! 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 dan Hey, hey, es kann am Anfang von. Hey, 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 es kann am Anfang von. Hey, es kann am Anfang von, hey, 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 es kann am Anfang von.